Du hast eine Streichholzschachtel und gehst in einen leeren, kalten Raum. Du hast in deinem Raum eine Petroleumlampe, einen Ölofen und einen Kamin. Was fündest du zuerst an? Keine Ahnung. Was hab ich alles nochmal? Du hast einen Ölofen, einen Kamin und eine Petroleumlampe. Petroleumlampe? Und warum? Keine Ahnung. Hört sich am besten an, ne? Ja, keine Ahnung. Also er hat jetzt keinen strategischen Hintergrund. War jetzt so instinktiv gesagt. Äh, das ist ein Kamin. Ist aber falsch. Ja, hab ich mir gedacht. Und warum? Weil ich das mit dem Streichholz glaube ich am besten anzünden kann, weil da schon Holz wahrscheinlich drin sein wird, oder? Also, wenn du jetzt das Streichholz erwähnst, was zündest du als erstes an? Streichholz. Sehr gut. Ah, fuck, scheiße. Du hast eine Streichholzschachtel und die anderen Dinge im Raum. Und wie zündest du die anderen Dinge im Raum an? Mit einem? Streichholz. Sehr gut. Ja, und jetzt? Na, du zündest erst das Streichholz an. Ha! Oh Mann, ey. Ja, okay. Naja, ist doch schwarzsinnig, weil ich kann mir doch aussuchen, eins von den dreien oder nicht. Ja, eigentlich Streichholzer zuerst anzünden. Sehr gut. Mach was anderes einmal. Das war richtig, ja. Äh, Streichholz ist klar. Sehr gut. Streichholz. Hä? Die Streichholz, la! Wir sehen uns beim nächsten Mal.